ja grüß euch freunde das wird einmal ein kurzes video quasi da geht es jetzt eigentlich nur um das shelter von one tigris bin da jetzt ein paar mal angeschrieben worden wenn es das jetzt wirklich bei amazon gibt weil sich da jetzt diese neue variante gebracht haben das was ich in dem video verwendet habe vorgestellt und ja im endeffekt wollte ich nur sagen es ist verfügbar seiten siebzehnten neunten gibt es bei amazon ich schmeiße euch den link unten eine es gibt in braun und in grün also genauso die zwei formen was mit der alten variante geben hat und die selina die nette dame bei one tigris hat man da noch was zugesagt es gibt für euch an code und zwar der gibt es anna dreißigsten zehnten ja anna dreißigsten oktober da gibt es den code da gibt es ein one tigris ich schreibe das dann einmal woher und dann bekommt es auf das shelter noch einmal zehn prozent sie sind ein bisschen der eurer wurden sie waren schon auf 125 euro ja sie sind dann jetzt auf 115 zurückgegangen und wie gesagt bis anna dreißigsten zehnten gilt dieser einlösequote oder wie man den nennen soll den schreibt dann bei amazon einwands zahlt und dann kriegt es einmal zehn prozent vergünstigtes zählt ok das war es im großen und ganzen das wollte ich sagen es ist kein zwang es muss keiner kaufen ich verdient auch nichts in den sind bleibt sich überlassen tschau freunde